ja schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem neuen unboxing hier freut mich wirklich dass ihr auch hier mit dabei seid denn seien wir ehrlich ihr gehört zu dieser runde ja wir wollen jetzt heute merman auspacken und zwar den flashback merman den im alten quasi klassischen look den haben wir im revelation cartoon gesehen nur ganz ganz kurz es gab ja den ersten merman der dann hier dieses kaputte auge hatte und so weiter und den hatten wir natürlich ganz ganz schnell mit in den waves dabei allerdings ja wollte man natürlich gerne eher diesen hier haben nicht nur weil er viel mehr zugehör mit dabei hat sondern weil er quasi auch unbeschadet ist und auch im längen cooler aussieht als der andere aber schauen wir uns mal als erstes den mock an so da ist er relativ unspektakulär man hat hier das schwert so drapiert als würde es aussehen dass merman es in der hand hat hat er natürlich nicht wirklich sondern es ist nur quasi davor gesehen hat wechselhände mit dabei auf der seite das erste box art sie doch wirklich cool aus finde ich sogar besser als das hier merman unter wasser hier steht er auf einem kleinen stein und ja hier ist er unter wasser hinter ihm diese monster die ihm alle folgen erinnern ein klein bisschen an diese 2000 x monster diese riesen fische naja gut könnte es natürlich sein ist gerade schwer zu erkennen jedenfalls wird hier hinten dann noch grisler bassov und faker neben merman selbst beworben und das ganze ist in deutsch ja merman steht noch auf der anderen seite und ich würde sagen legen wir los und packen aus da ist sogar schon das tesafilm durchtrennt bald sind wir quasi auch von diesen etwas doch so ein bisschen langweiligen boxen befreit dann kommen ja wirklich so da sind wir schon wieder das ging natürlich schnell ist natürlich auch keine deluxe figur vier wechselhände haben wir mit dabei wir haben hier das korallen schwert mit dabei und natürlich merman selbst und den schauen wir uns jetzt auch mal etwas genauer an so ihr seht natürlich dass hier dieser kopf dem des ersten merman sehr ähnlich ist dieser dystopische kopf mit dem kaputten auge der diente hier als vorlage natürlich ist der kopf komplett neu gemacht es sieht auch so ein bisschen aus als könne man den kiefer bewegen da er hier ein separates stück ist aber das geht leider nicht aber gut ist jetzt auch nicht wirklich von nöten ja sehr schöne modellierter kopf dann haben wir hier endlich die rüstung mit dabei die wird einfach immer natürlich über den körper gestülpt so und quasi von dem kopf dann so ein bisschen gehalten dieses system erinnert mich hier also so vom design her also ganz ganz grob mit diesem erhobenen kragen hier hinten an den mondo merman der allerdings natürlich komplett anders modelliert ist das sieht hier so aus wie so ein fischmaul beim mondo der den kopf um schlingt aber das ist schon nicht schlecht was auch wirklich lobend erwähnt werden muss ist dass wir hier diesen rubin hier vorne haben diesen edelstein und der ist tatsächlich durchsichtig wie ihr hier seht der ist extra eingefügt dann haben wir hier einen schönen wasch mit drin das hat man nicht gut gemacht das ganze ist auch sehr flexibel der rest der figur bietet natürlich nichts neues das kennen wir natürlich schon hier vorne die kleine flossen muschel wie auch immer der der die algenhose so möchte ich es mal nennen algenhose naja ist auf jeden fall sehr flexibel das lässt sich allerdings nicht abnehmen dann haben wir hier wirklich sehr schöne stolpen in zwei farben hier in diesem gold diesen dunkel gold und dann dieses hellere gold das sogar glänzt das hat man echt toll gemacht was man auch sagen muss ist dass die hose hier leicht transparent ist also wie halt eben so algen oder seegras dann haben wir an den handschuhen hier nicht nur ein schönes design diese bracelets hier die lassen sich übrigens nicht abnehmen wir haben gott sei dank auch wechselhände mit dabei da haben wir hier zum beispiel ein gegenstück von dieser hand und wir haben noch eine weitere greif hand quasi also das gegenstück von dieser hier so die geht gut rein und hält auch entsprechend so und dann gibt es noch Fäuste ja und im prinzip braucht man auch nicht mehr denn wir haben ja nur eine waffe mit dabei also mit einer der wenigen male nach 2000 dass merment tatsächlich ohne den dreizack kommt aber natürlich fehlen darf das korallenschwert nicht dieses ist mit einem kleinen wash versehen und sehr schön modelliert das kann man ihm wunderbar hier so in die hand geben oder eben in die andere und dann vielleicht auch gerne hier irgendeine andere hand noch mit dran eine faust oder halt eben hier diese offenen mit den ersichtlichen schwimmhäuten dabei das ist schon super gemacht ich denke ich werde hier einfach die offene hand dann mitnehmen das passt dann eigentlich immer ganz gut so und das wäre mermen viel wie gesagt neues ist nicht dabei er ist schon wirklich super gemacht ob es nun hier diese durchsichtige hose ist oder halt eben dieser neuartige rüstungsteil also das da hat man sich schon wirklich was einfallen lassen schreibt eure meinung gerne mal dazu in die kommentare würde mich wirklich sehr interessieren ich sage mal vielen dank fürs zugucken und ja wir sehen uns wir sehen uns